So sind wir ja hier einiges abgelaufen. Also hier die Straße, da die Straße, da die Straße. Dann sind wir hier die Straße abgelaufen. Hier ist auch unsere Hütte. Und dann führt allerdings noch von der Stadt hier, hier hoch noch ein Weg. Und da müssen wir auch noch mal hin. Aber nicht mal heute. Das geht dann in die alten Ecken, wo wir schon mal waren, die wir kennen. Da wo ich meine alte Hütte hatte. Ja. Aber wichtig ist erstmal, dass ich jetzt zu Hause ankomme. Eventuell noch eine Forschung mitmachen kann. Vielleicht noch ein Haus finde, was ich auseinandernehmen kann. Mal gucken. Was denn möglich ist. Hier ist ja die wunderbare Kreuzung. Wenn ich jetzt hier weiter langlaufe, komme ich dann mal Richtung meiner Heimat? Nein, da komme ich ja hier wieder. In diese Gegend hier, wo ich schon mal war. Also. Ähm, eine Sekunde hier. So. Ja, ich musste gerade hier noch was machen. Auf den anderen Monitor. Wie sagt der. Ich kopiere ja gerade die ganzen Folgen. Rüber von einer Festplatte zur anderen. Damit die alle gesummelt werden. Und da mache ich eben ein bisschen Ordnung. Und da ich mir als zweite Datensicherung immer noch drauf spiele irgendwo. So. Ist das. Ist mir besonders wichtig, dass alles da ist. Das wird jetzt wahrscheinlich mehr drei, vier Tage dauern. Weil es sind ja mehrere Gigabyte. Das ist ja nicht wenig. Kommen wir auf die Hang hier. Schau mal. Wir sind ja nicht in der Wave Night. Ich bin ja auf dem richtigen Weg. Ja. Ich bin auf dem richtigen Weg. Hier ist das Hospital. Genau. Oh. So, ich habe jetzt drüben das nächste in den Copy-Dienst geladen. Die soziale fachliche Betreuung von meiner Seite aus. Ja, das ist ein ganz hinder Brummer von Ordner. So. So, Wildschwein ist immer gut. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Oder laufe ich hier auf dem Weg? Okay. So, wir haben die Sau noch bekommen. Ist egal. Die Sau hat mehr Fleisch. Wir müssen sowieso in die Richtung. Da hat mich das Kanicke zumindest mal dran erinnert. Ich glaube zumindest. Ja. Ja, gehen jetzt Richtung Heimat. Ist ja schon Stunde zwanzig am Tag. Da drüben ist meine Falle. Ach ja, ein Stachelwerfer. Wollten wir ja noch mal machen. Ähm. Da war ja was gewesen. Äh, okay. Dann wollen wir erst mal gucken. B. Range. Stachel. Äh, Feilmaschine müssen wir dafür herstellen. Ist kein Problem. Aber erst mal wird das ganze Zeug weggekocht hier. Was da ist. Ähm. Hier als Beispiel. Okay. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nö. Ist hier nicht. Ähm. Da wir jetzt zu Hause sind. Gucke ich mal, dass ich hier noch was. Ah. Hier kann ich halt nicht mal reinlegen. Ähm. Ich werde erst mal schauen, was ich hier rausschmeißen kann. Äh. Stoff. Äh. Die Forschung lasse ich mal hier drinnen. Das hier. 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 Ähm. Erst mal eine volle Kiste hier. Äh. Schießpulver. Äh. Äh. Mülle, 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 Mülle. Dann hier die Knochen. Haben wir hier Knochen. Ja. Da. Geht gar nicht mehr. Okay. Äh. 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 Dann haben wir hier. Das da. Das kann hier rein. Ähm. Ähm. Dann haben wir halt das Holz. Gummi auf jeden Fall. Äh. Holz, Holz, Holz. Sperlingsknochen, Taubenknochen. Äste. Das. Äh. Ich sehe erst mal nicht weiter. Äh. Gut. Was haben wir denn hier hinten? Okay. Dann machen wir mal so. Das ist ein Holzbrett. Das ist ein Holzbrett. Ähm. Die Waffen. Da. Aber man kann nicht mehr erzählen von denen. Okay. Äh. Gut. Die Blätter gehen auch nicht mehr. Wir brauchen unbedingt eine andere Kiste noch. Das ist nicht normal hier. So. Die Seile. Äh. Äh. B. Utility. Die, äh. Kiste. Was brauche ich für eine Lagerkiste? Ich brauche Plastikeimer. Ich brauche Nägel. Und ich brauche Holzbretter. Ähm. Holzbretter. So. Nägel. Und. Plastik. Äh. Äh.